Das ewige Thema ist, bekomme ich genug Protein oder nicht? Ich habe heute ein paar gute Tipps für euch, wie ihr, wenn ihr nicht so gute Esser seid, euer Proteingehalt im Tag ein bisschen erhöhen könnt. Und zwar mit ganz guten veganen Proteinshakes. Ihr braucht diese Produkte nicht unbedingt. Wenn ihr genügend esst, eure Kalorien erreicht über den ganzen Tag gesehen, habt ihr auch immer genügend Proteine. Aber diese Produkte erleichtern es einem, vielleicht mit einem Shake pro Tag. Wenn du sehr, sehr häufig trainierst, vielleicht sogar mit zwei Shakes pro Tag oder mit einem Löffel von diesen Proteinpulvern bei deinem Müsli, kannst du deinen Proteingehalt sehr einfach ein bisschen erhöhen. Ich gebe euch heute noch ein paar gute Tipps, wie ihr diesen Shake noch wertvoller machen könnt. Nicht nur einfach, dass ihr Pulver und Wasser mischt. Das kann man natürlich so machen. Das ist praktisch, wenn man unterwegs ist. Aber wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr einen guten Mixer habt, dann könnt ihr noch zusätzlich ein paar gute Sachen beimischen, die das Ganze interessanter, schmackhafter und gehaltvoller machen. Etwas, was ich sehr gerne meinem Shake beimische, ist Kurkuma. Und damit das Kurkuma richtig gut funktioniert, gebe ich immer auch noch ein bisschen schwarzen Pfeffer rein, wegen dem Piperin. Weil Piperin erhöht die Aufnahmefähigkeit und dadurch bekommst du mehr von Kurkuma in dein System rein. Was ich auch gerne ein bisschen beimische, musst du aber nicht machen. Gerade wenn du zum Beispiel eine salzarme Diät verfolgst, ist das natürlich kein guter Tipp für dich. Aber ich mag es geschmacklich, wenn ich süße Sachen habe, wie zum Beispiel Banane oder mein Shake, ein bisschen Karamellgeschmack hat oder Schokolade, gebe ich ein bisschen Salz hinzu. Das macht das Ganze einfach runder und der Shake schmeckt noch besser. Wie du natürlich deinen Shake auch noch aufmotzen kannst, ist, nebst dem, dass es zum Beispiel jetzt von ESN einen guten Shake gibt oder zum Beispiel von Rocker Nutrition, dann gibt es noch einen sehr guten Shake, das habe ich jetzt umgefüllt in eine Dose, von Raw Sports gibt es ein fermentiertes Erbsenprotein mit Quinoa-Protein. Das mag ich fast am liebsten. Von der Qualität her finde ich das richtig gut. Hast du auch keine künstlichen Süßstoffe, nur mit Stevia gesüßt, mag ich am besten. Oder du kaufst dir zum Beispiel von Lee Sports, finde ich ein wirklich super gutes Produkt. Das Bio-Kürbis-Kernprotein aus Bio-angebauten Kürbis-Kern aus Österreich ist preislich wirklich top. Und du hast da auch auf 100 Gramm gesehen, hast du da gute 60 Gramm Protein drin. Und gute Fette, die das Ganze natürlich auch ein bisschen geschmackvoller machen. Und wenn du natürlich nicht nur ein natürliches, finde ich jetzt mal neutrales Proteinpulver mag, kannst du dasselbe aufpeppen. Was sich auch dazu eignet, ist zum Beispiel entöltes Kakaopulver oder eben einfach ein bisschen Zimt. Und dann die Früchte, die stehen dir offen. Ich mag am liebsten Banane. Dann hast du auch noch Magnesium drin, wenn du viel geschwitzt hast im Training, hast du da Magnesium drin. Wenn du die Chia und die Leinsamen mit reinmischst, hast du da gute Omega-3-Fettsäuren. Und zum Beispiel auch, was ich unheimlich gerne mag, ist einfach die Mischung zwischen Schokolade, Zimt und Erdnussbutter. Und damit du nicht Erdnussbutter nehmen musst, weil das ja doch aus gut 50% Fett besteht, gibt es von PB2, Erdnussbutterpulver. Und so kannst du eigentlich das so mischen, wie es für dich am besten passt. Für die Antioxidantien kannst du die Blueberries zum Beispiel auch gefroren kaufen. Oder du kannst sie, wenn sie Saison haben, auch frisch kaufen. Entweder einfach so separat essen oder auch in den Shake reinmachen. Jetzt. Was ich dir auf den Weg geben möchte, ist, es gibt unheimlich viele Pflanzenmilchsorten. Wenn du zum Beispiel deinen Shake machst, kannst du Hafermilch, Erbsenmilch, Sojamilch oder was auch immer für eine pflanzliche Milchalternative nehmen. Ich empfehle dir, egal ob du vegan bist oder nicht, hör mit der Kuhmilch auf. Hör mit der Kuhmilch auf. Das macht null Sinn. Du bist kein Kalb und die Zusammensetzung passt nicht für den menschlichen Organismus. Die ganze Struktur ist anders. Wenn du Babymilch von einem Menschen anschaust, dann haben wir da einen massiv höheren Anteil an Fett und einen massiv tieferen Anteil an Proteinen. Und wir sind mit der Laktose, kommen wir einfach nicht wirklich gut klar. Vielleicht merkst du das gar nicht groß. Du hast ein bisschen Magenverstimmung oder sauberes Aufstoßen. Vielleicht hast du Akne, hast vielleicht Pickel, hast vielleicht Kopfschmerzen ab und zu. Ja, das ist einfach nicht natürlich. Das ist einfach nicht normal, eine hochverarbeitete Muttermilch einer anderen Spezies zu konsumieren. Also, auch wenn du nicht vegan lebst, die Milch macht wirklich absolut keinen Sinn. Und da rede ich von der Kuhmilch. Auch nicht, weil du ja wahrscheinlich als Sportlerin oder als Sportler nicht unbedingt noch zusätzlich Östrogene in deiner Ernährung möchtest. Und die Östrogene hast du da mit drin. Und zwar die Säugetier-Östrogene. Was ich immer wieder höre ist, Tom, Tofu und Sojamilch möchte ich nicht konsumieren, weil da sind Östrogene drin. Also, ganz kurz zum Aufklären. Erstens mal, musst du gar keine Sojaprodukte konsumieren als Veganer oder auch als Nicht-Veganer, wenn du auf pflanzliche Art und Weise dein Protein erreichen möchtest. Bereits Haferflocken haben zum Beispiel 13%. Wenn du ausgewogen dich ernährst mit ein paar Nüssen drin, mit anderen vollwertigen pflanzlichen Ernährungsmitteln, erreichst du dein Protein auf sehr, sehr gute Weise. Aber Soja ist auch ein sehr wertvolles Lebensmittel mit einem breiten Spektrum an Aminosäuren. Wenn du aber das Säu-Protein zudernimmst, musst du dir keine Sorgen machen wegen den ganzen Phytoöstrogenen, weil die Phytoöstrogene haben nicht die gleiche Wirkung auf unseren Körper wie zum Beispiel die Säugetier-Östrogene. Im Gegenteil. Studien haben gezeigt, dass Frauen in Japan, die ungefähr 2 Deziliter Sojermilch pro Tag konsumieren, ein massiv tieferes Brustkrebsrisiko haben. Das funktioniert auch bei Männern. Zum Beispiel die am meisten vorkommende Krebsart bei Männern ist der Prostatakrebs. Auch da kann Milch einen Einfluss haben. Ich sage nicht, dass Milch krebserregend ist, aber wenn du dazu neigst, entzündungsfördernd dich zu ernähren, vielleicht auch noch rauchst, zu wenig Sport machst und vielleicht noch erdlich vorbelastet bist, würde ich es dir empfehlen, die Kuhmilch komplett wegzulassen. Es ist kein Gesundheitsprodukt, es wird super gut vermarktet, das heißt, dass es starke Knochen gibt, dass es dich ausdauernder macht und so weiter und so fort. Das kannst du alles vergessen, brauchst du nicht. Also, vegan und nicht vegan, raus mit der Kuhmilch, entweder Wasser oder pflanzliche Milchalternativen, alles ist besser. Dann knallst du das hier rein, machst dir einen Shake, mixt das so wieder, wie es für dich geschmacklich am meisten bringt. Kannst es wie gesagt aufpeppen mit Gewürzen, mit Piperin, mit schwarzem Pfeffer, mit Kurkuma und so weiter und so fort. Und schon hast du in kürzester Zeit einen super guten Post-Workout-Shake gemacht, der dich wieder auf Touren bringt. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Wenn du Fragen hast, schreib es in die Kommentare. Das ist wieder mal das Video auf Hochdeutsch gewesen. Ich mache normalerweise die Videos auf Hochdeutsch ab und zu. Kommt wieder mal das schwiezendeutsches Video. Aber, weil ich doch eine eher breite aufgestellte Community habe und ungefähr 60, 70% der Zuschauer aus Deutschland kommen, war das wieder mal ein Video auf Hochdeutsch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet mal wieder ein und ich wünsche euch einen guten Tag und viel Spaß bei den pflanzlichen Games. Tschüss zusammen.